Der letzte Act des heutigen Marburgos Abends. Es ist ein Duo, das entstand durch eine peinliche Fehlkommunikation in einer Apotheke. Ich hoffe, wir werden erfahren, warum. Steht hier nicht drauf. Der Name des Duos Throat Cats and MC Food Juice. Ein herzlicher Applaus für Dennis und Dan. Guten Abend. Zuerst mal, Juggie gehört zu uns. Das ist das Coolste. Dann ist ja heute auch Muttertag, dass das noch gar nicht gesagt wurde. Und wir möchten erst mal unseren coolen Künstlern, die vor uns dran waren, danken. Und deren Müttern, ohne die sie ja gar nicht hier wären. Wir möchten auch euren Müttern danken, ohne die ihr ja gar nicht hier wärt. Ich möchte meiner Mutter danken, ohne die ich nicht hier wäre. Genau, das nochmal dazu. Wie wir zu unseren Namen gekommen sind, möchten wir gerne in einer kleinen Geschichte erzählen. Ding, ding, dong. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche Fustensaft für meine Halskatzen. Ah, Entschuldigung. Brauchen Sie Fustensaft für deine Halskatzen? Nein, Mann. Ich brauche... Ich brauche Fustensaft für meine Halskatzen. Ich brauche Fustensaft für meine Halskatzen. Ich brauche Fustensaft für meine Halskatzen. You swoon like a fangirl when I get rich, when I get famous. I buy my girlfriend fake tits and myself a facelift. Penthouse in Frankfurt ain't rentin' in the villages. Me and Throat Cats, man, we're gonna go the distances. Yeah, yeah, what up? Thanks, Jason. Yo. Thank you, Marburg, you've been lovely. Okay, wir fanden's richtig nett und ihr seid wirklich das beste Publikum, von dem ich sehr oft Teil bin. Also es ist auch ein Lob. Ciao. Dennis und Dan! Vielen! Vielen! Vielen Dank.